Hallihallo und damit auch mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Wheels. Ich muss eine Sache anmerken, ja, ich benutze immer noch mein altes Mikrofon, weil dieses verdammte Kabel heute immer noch nicht angekommen ist. Und ich muss hier mich auch mal ein bisschen beeilen, muss ich dazu sagen, weil es ist gerade 16.13 Uhr, alles so ein bisschen Zeit in der Zeit, knapp Zeit in der Zeit, ja genau. Knapp in der Zeit, wir gucken für This Week, was denn auch sonst, ja hallo, jetzt mal hier ein bisschen refreshen. Gut, das ist halt alles ein bisschen stressig, ich muss im Übrigen auch noch sehr viel Englisch spielen, weshalb ich irgendwie jetzt ein bisschen unter Stress bin, aber gut, wir spielen hier einfach mal Minigames, oder? Ich glaube, das hatten wir, ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, egal, wir machen das jetzt mal. Nee, das hatten wir nicht. Gut. Enter the Box Game. Nein, nein. Ich kann das gar nicht, ey, ich kann das gar nicht, ne? Wenn ihr wüsstet... Oh man, das kann jetzt ein bisschen kritisch werden. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich bin halt so ein richtig vergesslicher Mensch, ne? Und ich kann mir sowas einfach nicht merken. Ah, genau. Das, wie konnte ich das vergessen, ey? Oh, nein, 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 nein. Oh, ja. Hä? Was, es geht weiter? Okay. Wenn wir jetzt sterben, ist das ein bisschen blöd. Aber der Anfang ist, glaube ich, der schwerste. Voll, voll. Oh, nicht mit dem Kopf, oder anders ist... Was? Geh raus, geh raus, geh raus. Du schaffst das. Nein! Nein! Mann! Auf jeden Fall wollte ich sagen, es wird wahrscheinlich, also vielleicht wissen noch einige, dass ich mal bei einem kleinen Mienekraftprojekt dabei war. Das nennt sich Homelands. Homelands, ne? Und das wurde halt so ein bisschen ab... Äh, was heißt ein bisschen? Es wurde abgebrochen. Fand ich so ziemlich schade. Aber, die Leute, die das halt verfolgt haben... Ey, ich krieg das nicht hin, ich will wechseln jetzt die Karte. Die Leute, die das verfolgt haben und vielleicht wollen, dass mal wieder ein Projekt auf meinem Kanal startet, die können sich jetzt in nächster Zeit mal auf ein neues Projekt freuen, weil, äh, diese, in dieser Woche ist mal ein Aufnahmetermin geplant für ein neues YouTuber-Projekt. Wieder mit etwas kleineren YouTubern. Ich glaube, es sind 16 Stück, aber es sind erst so 12 bestätigt, den, äh, auch mal in momentanen Stand hier. Aber, ja, ne? Auf jeden Fall so eine kleine Randinfo, die man mal erwähnen sollte. Ich, es war eigentlich schon ein bisschen länger geplant, aber, ja, ich wollte euch einfach nicht zu viel Bescheid sagen, weil ich halt nicht wusste, ob das jetzt noch sicher ist, ob das noch steht oder halt nicht. Und genau deswegen hab ich mir so ein bisschen Zeit gelassen mit der Erwähnung. Auf jeden Fall wird es dann wieder das Zweifelvideo am Tag sein, falls ich das mit der Zeit alles hinbekomme, weil es ist jetzt einfach richtig stressig bei mir. Und mein Bildschirm flackert. Mein Bildschirm flackert! Hier mal Aufnahme, stopp. So, es geht jetzt weiter mit der Aufnahme. Aber so könnte es auf jeden Fall mal aussehen, wenn mein Computer am Abscheißen ist, Leute. Damit ihr bescheiden ist. Ich hoffe, jetzt hat sich das mal hier ein bisschen gefixt, ne? Und wo war ich? Ähm, wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Ja. Auf jeden Fall können sich die Leute, die sich mal wieder ein Projekt gewünscht haben in Minecraft, sich auf ein Projekt freuen. Es wird im Übrigen, äh, so eine Art, nicht PvP-Projekt sein, sondern eher ein PvP-Projekt mit einer sehr anspruchsvollen Karte. Also, es wird eine sehr, sehr schwere Karte sein. Ich habe sowas zwar noch nie gespielt, aber... Ey, jeder hat mal sein erstes Mal. Und ich meinte, wow, alter. Mein Computer lag ein bisschen. Oder was ist denn hier los? FPS sind ganz normal, aber... Mein Tasten. Ich spiel hier so ein bisschen. Oh nein! Das war echt knapp. Also, ich freue mich auf jeden Fall schon auf das neue Projekt und ich hoffe, bis dahin ist mein Kabel angekommen. Ey, ich will endlich dieses verdammte Kabel, damit dieses Mikro funktioniert, weil sonst muss ich alles zurück senden und... Oh, ich will einfach nur Gewissheit haben. So. Und, und schaff mir... Was? Was? Das ist echt eine schwere Karte. Das Jetpack sieht irgendwie voll cool aus. Irgendwie, irgendwie, irgendwie. Richtig cool. Und, 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 und... Oh nein! Mann! Das gibt's doch nicht, Mann! Komm, komm, jetzt schaffen wir das. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen muss, weil ich hier jetzt zwei Aufnahmen so einzeln und ich habe hier irgendwie so... ...keinen Timer gesetzt. Ist ein bisschen blöd. Naja. Muss man mit leben. So, wir schaffen das aber jetzt. Jetzt schaffen wir es... Oh, du... Oh, du... Mann! Jetzt komm doch mal. Komm, 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 komm. Und gut, 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 better. Great. Awesome. Das gibt's doch nicht. So. Diesmal werde ich es schaffen mit Ansage. Oh, oh. Sie... Nein! Man muss doch richtig nah am Rand unten bleiben, oder? Man muss ja so richtig knapp da reinkommen. So, Kollege. Nein! Ich muss wirklich ganz knapp unten durchkommen, weil sonst wird oben mein Kopf abgehackt und das... Oh, fuck, nein! Alter, ich will das schaffen, Leute. Ist mir jetzt egal, wenn ich die ganze Happy Wheels Episode hier nur an diesem Level hänge. Aber ich will das schaffen. So, die Füße können... Oh, nein! Alter, ein Boost viel zu stark gemacht. Das gibt's doch nicht. So. Ja, das war richtig nice von mir. So. Jetzt aber, jetzt aber. Komm, 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 komm. Klick hoch, klick hoch. Ja! Ja! Oh, yeah! Haben wir geschafft. Da muss man sich auch einfach mal aufs Treuen. Alter, das wurde richtig knapp am Ende gemacht. Anspruchsvolles Level, Map-Ersteller. Props an dich. So, ähm... Was wollen wir spielen? Ein Slate Bomb. So. Explosive Level. Oh, nein. Oh, nein! Oh, fuck. Erstmal die Maus rausnehmen. FPS-Einbrüche schon vorbestimmt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nein! Alter, ich kann diesen Zick nicht mit so ein bisschen hochspringen. Hm. Was? Wie hab ich das denn hinbekommen? Also... Nein! Oh, fuck. Fuck. Der Anfang ist hier wirklich schwer. Alter. Mein Arm hat die zweite Mine aktiviert. Oh, oh! Ich lebe noch! Ich lebe noch, Leute! Ich lebe noch! Hm, nicht. Nicht spoilern. Obwohl wir jetzt auch da hinten schon ein paar Bomben gesehen haben. Aber ist mir egal. Eu, 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 eu. Oh! Alter! Was machen wir hier nur? Und... Oh! Alter! Da ist einfach eine Mine gegen uns geflogen. Das gibt's doch nicht. Okay. Gut abgeblockt, Leute. Leute, das... Alter! Scheiße! Nein, 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 nein! Oh! Wir sind einfach drüber geflogen. Und wieder... Och, ja. Oh, wir sind weiter als sonst gekommen. Alter! Die Dinger machen mir voll Angst. Oh, oh, ich komm noch nicht hoch. Ich komm noch nicht hoch. Und jetzt. Oh, ja. Und drüber. Easy! Nein. Woo! Nice. Oh, was? Nein! Nicht wirklich jetzt, oder? Nö, ich mach das jetzt nicht nochmal. Leute, wir sehen das jetzt einfach mal so, als wäre ich ins Ziel gekommen, ja? Ey, ich... Mein Bein war ja schon drin, also... Zählt man das mal als Win. So. Markiplier Transform spielen wir jetzt. Und? Okay. Markiplier Combine... Oh, Junge. Ey, da, der sieht ein bisschen exank aus. Sub, press down. Okay. Dann müssen wir jetzt nach vorne. Oh, nice. Oh, yeah. Können wir auch fliegen? Oder das ist einfach nur so ein Boost, den wir extra machen können? Alter, das ist voll der Metzler. Es ist jetzt irgendwie nichts Spannendes, weil man einfach nur geradeaus gehen muss, glaube ich, aber... Leute, das ist die Killermaschine. Steht mir vor, so eine Titan-artige Mistgeburt würde auf euch zulaufen mit diesem... So, sagen, Schnauzer oder was er da hat. Also, ich... Ich würde schon Angst haben. Nice. Nice. You win. Ich finde die Smiley ist irgendwie cool. Ja, das wird ein... Das wird ein echt süßer Kerl. Helikoptertraining. Also, wir wollen ja auch später, wenn wir mal erwachsen sind, mit dem Helikopter fliegen. Keine Ahnung, wieso er das nicht direkt eingestellt hat mit dem Helikoptermann, aber gut. So, fliegen wir mal. Ich glaube, das könnten wir auch im Prinzip mit den... Mit den... Mit den... Ähm... Wie heißt der? Pokémon machen. Aber gut. Hä? Das war's. Okay. Leute, sein Ausprinzip teste ich das jetzt nochmal mit dem Pokémon. Ich glaube, der ist hier. Äh, ja. Das ist der Pokémon, Leute. Äh, auf jeden Fall. Wo ist nochmal der Pokémon? Das ist er nicht. Das ist er. So. Hä? Bin ich behindert? Leute, ich glaube, ich bin behindert. Da ist er. Ja. Gut. So, mit dem Pokémon. Was für Helikopter-Training. Wir machen Pogo-Training. Nein, 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 nein. Oh, yeah. Oh, yeah. Und weiter geht's. Oh, ja. Ja. Leute. Ich glaube nicht, dass man hier einen Helikopter braucht. Also, sehr schlechtes Level, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie das unter so oft gespielte Spiele kommen kann. So. Also, ein deutscher Mensch hat das anscheinend. Oder auch nicht. Ähm, okay. Oh, ein Impossible Level. Okay, ich komme da nicht los. Okay. Ich bin einmal mal vor einer Mine. Alter. Komm man so rüber? Nee. Oh, nein. Woo. Hat er gut geregelt. Hat der Typ gut geregelt. Scheiße. Hä? Das geht doch gar nicht, oder? Oh, komm. Nein. Komm raus, komm raus, komm raus. Alter. Was ist das für ein Leben? Er steckt in der Harpude fest. Ja, Leute, wir leben noch. Komm. Komm. Komm, vielleicht kannst du deinen dicken Arsch da rausziehen. Ich glaube an dich. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Nee, ich glaube, wir können da nicht raus. Wir stecken tief drin. Trauriges Leben. Alter, ja, komm. Komm doch. Nein. Oh, das war ein guter Spur. Oh, doch nicht. Und jetzt aber. Ach, Mann. Wir müssen einfach auf so eine Mille kommen. Ich habe das... Oh, was? Oh. So, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wow. Das war nochmal richtig knapp. Alter. Gutes Level auf jeden Fall. Da muss man echt hochspringen, aber diese... Alter, ich hatte gerade noch richtig Bammel wegen dieser Abrissbirne. Gut. Stuck in Minecraft. Das spielen wir jetzt auch nochmal. Als abschließendes Level heute, weil... Ich glaube, die Folge ist heute ein bisschen kürzer, auch weil... Weil, 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 weil... Weil, häh? Das ist irgendwie ein Movie, glaube ich. Ich muss halt noch viel für Englisch lernen und allgemein einiges für Schule tun. Und genau deswegen kommt das heute mal so, ne? Ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, Leute. Ich habe jetzt den Anfang der Story nicht mitbekommen, aber... Leute, wisst ihr was? Ich hoffe, euch hat diese heutige Happy Wheels-Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mich würde es natürlich sollen, wenn ihr diesem Video eine positive Bewertung geben würdet, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann klickt das Video einfach weg und macht gar nichts. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei der Klassenvorstellung von den Lieden Brute in Minecraft mit der Zusammenstellung, die mir empfohlen worden ist. Ist jetzt auch das erste Mal gewesen. Freue mich drüber. Und dann sage ich Tschü-dü-lü. Reingehauen und bis zum nächsten Mal.